Hallo meine Lieben, heute gibt es mir wieder ein New In Video und zwar wollte ich zum einen diese beiden Blushes mir angucken. Das sind die aus der Come to Town LA von Essence und ich habe was bei Shades of Pink bestellt. So, wir beginnen einfach mal mit den Blushes. Wir beginnen mit diesem hier. Das ist die Farbe Wrapped in Pink. Ich mache das mal auf. Die sind hier noch so extra versiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt. Das muss ich noch, das Siegel muss ich noch entfernen. So, dann machen wir das doch mal auf. Ich hoffe, ich zerstöre es nicht. So, das ist das Blush. Und die sollen so ein bisschen bouncy sein wie diese Bouncy Dream Blushes oder wie die heißen von Maybelline. Schauen wir doch mal. Ja, sie sind bouncy. So, gucken wir uns mal die Farbe an. Ist jetzt natürlich nur einmal so reingedatscht, aber ich finde die Farbe echt schön. Schauen wir uns die zweite Farbe an. Das ist eben so ein Rot. Und das ist die Farbe Is The Dew Center. Und die mache ich auch mal eben auf. Und da gibt es natürlich jetzt auch noch ein Swatch. Ich habe das jetzt ein bisschen hässlich gemacht. Aber ja, das sind die beiden Farben. Ich finde sie ein bisschen schwach von der Pigmentierung, muss ich ehrlich sagen. Aber sie sehen süß aus und ich schaue mal, vielleicht kann man die ja auch noch aufbauen. Lassen auf jeden Fall diese beiden Schätzchen. Ansonsten habe ich aus dieser LE überhaupt nichts mitgenommen. Die Nagellacke fand ich nicht so spannend. Und was gab es denn da noch? So ein Puder, ne? Ne, fand ich auch nicht so toll. Aber das sind die beiden Blushes. Und ja, mal gucken. Weiter geht es mit meiner Bestellung von Shades of Pink. Das mache ich einfach mal auf. Das kommt dann erstmal so in Seidenpapier eingepackt. Total süß. Und ich habe eine SMS erhalten. Und tadaa! Fangen wir doch einfach mal hier mit dem Nagellack an, der jetzt wahrscheinlich in der Kamera überhaupt nicht so rauskommt, wie er ist. Es ist ein Neonlack. Es ist die Farbe Thistle Do Nicely, den ich im Sommer unglaublich oft gesehen habe bei Instagram. Und ich wollte ihn unbedingt haben. Darum habe ich ihn bestellt. Wie gesagt, die Farbe kommt jetzt nicht so gut raus. Und ich werde ihn aber bestimmt mal bald lackieren. Und dann zeige ich ihn euch bei Instagram. So, dann habe ich die Chance genutzt. Und habe mir drei Sachen bestellt. Das gibt ja dieses Angebot bei Shades of Pink. Ich weiß nicht, ob es das sonst auch gibt. Dass man sich eben so ein Set zusammenstellen kann. Bestehend aus Blush, einer Lidschattenpalette und eben so einem Make-up Pout Polish. Oder Pout Polish, meine ich. Und ja, ich zeige euch einfach mal, für was ich mich entschieden habe. Dann beginnen wir mit dem Pout Polish. Und zwar ist das die Farbe Electro Peach. Die sind ja auch nochmal so einzeln versiegelt. Muss man eben auch noch aufmachen. Da stelle ich mich oftmals ziemlich blöd an. Aber es hat geklappt. So. Und dann öffne ich das doch einfach mal. Ja. Das ist eigentlich noch eine viel mehr Nähe und Farbe, als ihr das jetzt sehen könnt. Schwer mit der Kamera einzufangen. Da gehen wir doch jetzt einfach auch mal mit dem Finger rein. Ich will es eigentlich gar nicht kaputt machen. Gefällt mir gut. Es riecht sehr nach Vanille. Ja, muss man auf den Lippen dann noch ausprobieren. Aber die Farbe sieht schon mal top aus. Weiter geht es mit einem Blush, das ich bestellt habe. Ich habe ja bis jetzt immer nur diese, wie heißen die, Blush by Three Paletten gehabt von Sleek. Ich habe jetzt einmal hier ein einzelnes Blush. Und zwar ist das die Farbe Pomegranate. Oder Pomegranate. Wie auch immer. Ihr seht die Farbe hier. Und das machen wir jetzt auch auf. Ich hoffe, ich zerstöre es nicht. Weil ihr kennt mich. Ich habe manchmal das Problem, dass ich da mit meinen Nägeln da rein, ah, es hat geklappt, reinpatsche. Und das ist die Farbe. Und ich finde es unglaublich schön. So, davon wird es natürlich jetzt auch ein Swatch geben. Wahnsinnsfarbe. Kann ich auch kaum abwarten zu tragen. Ja, sehr, sehr schön. Ach, ich bin so froh, dass ich das alles bestellt hatte. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Und damit kommen wir zu meinem letzten Stück meiner Bestellung. Und zwar ist das die Sunset Palette, die ich ja schon seit Ewigkeiten haben wollte. Und ich habe sie mir jetzt endlich bestellt. Äh, ja, die Sunset Palette. Ich werde sie einfach mal auspacken. Sie ist auch noch unberührt. Sie sieht eben wie jede andere Sleek Palette so aus. Passend dazu eben dann der Splash, ne? So, ich mache die jetzt mal auf. Ah, oh mein Gott, fast wäre sie mir runtergefallen. Ja, seht ihr, ich bin echt tollpatschig. Oh, oh, oh. Vorsichtig, vorsichtig. Und das ist die Palette. Was mich jetzt gerade stört und was mir davor nicht aufgefallen war, ich habe zwar dieses Blättchen hier, aber da sind die Namen nicht drauf. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber das ist eben wie gesagt die Palette. Ich werde euch die Farben natürlich jetzt auch noch einzeln swatchen. Ach, sie ist schön, oder? So, selbstverständlich habe ich euch die Palette auch noch geswatcht. Und ihr seht, die swatch ist dazu jetzt hier. Also, ich finde es ein Traum. Sie sind alle super pigmentiert. Die Farbe ist wahrscheinlich die, die am wenigsten intensiv ist. Das ist diese Farbe hier. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen in das Blau rein. Also, ich finde sie traumhaft schön. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich sie habe. Ja, damit werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen Ruhm experimentieren, heute oder morgen. Und ihr seht dann bestimmt auch ein Video dazu. Ich sage euch jetzt auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.